Hallo Knusperkekse und Blubberärschchen! Jetzt geht's hier weiter mit dem zweiten Teil in Dying Light und wir machen jetzt hier die Quest Stromausfall sprechen sie mit Spike die sollte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern Sicherheitszone wird verlassen und... Oh mein Gott, direkt neben dem Spasti-Zombie hingeworfen Oh, da ist ein großer Da laufe ich doch elegant dran vorbei Und hier über den Zaun und zum Wäschekorb Ah, rechts weiter, weg hier und schnell aufs Dach hinauf Ja, gut So, dann über die Dächer Hier hinunter und in Richtung in Richtung Spike der war hier nicht in dem Turm drin sondern war in dem anderen, ich weiß schon der war in diesem LKW Mal sehen, ob ich hier wieder was looten kann Ja Nice Aber Hier geht Das sind Zombies Oh oh Mal sehen, ich konnte da doch vorher von LKW zu LKW springen ob ich das wieder schaffe Na, ich bin hier auf einem anderen Haus Wenn ich da hinüberspringe, werde ich wahrscheinlich tot sein Von da oben hinunter fallen ist sicher Aber ich werde das so lösen Oh mein Gott Oh, spring auf den LKW schnell Oh, rundherum Zombies Hier bin ich wieder am richtigen LKW und da vorne ist auch Spike Da geht's zur Quest Los Ja So, Spike Was gibt's? Crane Eins vorweg Du warst klasse Das weiß ich Okay Okay Verpass ihm eine UV-Ladung Gibt mir Gegenstände Die nehm ich mir gleich alle Böller hat er keine mehr für mich Hier habe ich auch Ah, hier habe ich jetzt einen neuen Überlebensrang Den werde ich mir gleich aneignen Wo denn hier Überlebensrang Oh, sieh mal hier Was kann ich Ein erfahrener Rucksack-Tourist Oder Aufputschmittel Ah, da nehm ich mir doch das größere Inventory Damit ich hier mehr looten kann Bevor das Inventory voll ist Und ich muss hier wieder An den Zombies vorbei Und hier ein Dach hoch anscheinend Ne, warte mal Ich muss hier das Dach hoch Wie komme ich denn da hoch? Hm, ich werde mal den Weg entlang gehen Ah, hier ist wieder was zu looten Und da sollte ich eigentlich problemlos hinüberspringen können Okay, der springt zuerst da hinauf Oh, da fällt er hinunter OMG, was mache ich denn hier? Ich unfähiger Bastard Hoch mit dir da jetzt Du fettes Stück Scheiße Und da hinüber Ja Und hier ruft er wahrscheinlich wieder an Ja Mami, bitte hol mich ab Paralyse gemein Crane hier Bericht Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe Verstanden Identifizieren und uns umgehend kontaktieren Okay Alles klar Aber vorher Habe ich da drüben auf dem Dach ja noch Ah, siehst du Da habe ich hier so eine gelbe Box Oder? Ja Oh, schöne Gegenstände Grün und Violett Jetzt muss ich in diese Richtung Oh mein Gott Was ist denn los mit mir? Hier entlang und anscheinend in den Turm wieder hinein Gut Das geht hier hoch Ich bin schon wieder außer Puste Und hier gibt es wieder einen Quartiermeister, der vielleicht Gegenstände hat Für mich, das sehe ich kurz rein Stimmt, hat er Okidoki Und dann Gibt es hier Einen Aufzug, mit dem ich hochfahren muss Oder runterfahren muss Mal sehen Brackens Mission ist anscheinend gescheitert Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen Ok Bracken kennenlernen Das ist der Anführer hier im Turm Ok Rufzeichen Ich weiß Ja, ja Genau I am the man Du bist anscheinend ein Händler Sehr gut Da kann ich doch alles verklopfen, was ich nicht so brauche So ein scheiß Tiefspein zum Beispiel Was macht denn hier am wenigsten und am meisten Damage? Ab hier kann ich eigentlich alles verklopfen Oder 28 Sind vier Gegenstände, die behalte ich mir lieber, denn die habe ich im Inventory Und dann geht es ja ab nach hinten Weiter an der Mission arbeiten Was ist denn mit dir? Hör zu Bracken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen Beißer haben das Team dezimiert Dann sind Rais Leute aufgetaucht Oh nein Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut Jetzt will Bracken die nächste Lieferung selbst holen Ja Das ist etwas, was wir verhindern müssen Warum? Warum? Der hat es doch jetzt verkackt Dann muss es wieder gerade richten Ja, du Idiot Okay Nein Bracken Lena Lena Sicher Top Agent Sein Leben ist mir egal Genau Ja Crane kann gehen Nein Nein Was redet die? Was? Nichts für ungut Aber du bist ein Grünschnabel What the Crane schafft das Er weiß, wo er hin muss Lena hat recht Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern Und ich bin übrigens ein Profi Du Pfeife Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen Ehe wir zu Rice gehen Ja In Ordnung Gut Na Handshake Viel Glück Crane Okay Na gut, dann werde ich das richten, was du verbockt hast Jade Auf ein Wort Klar Brich zum Kessel auf Ich melde mich dann Oh, zum Kessel Da gibt es was zu essen anscheinend So, auf zum Suppenkessel Passen Sie auf Da wäre auch noch etwas anderes Was denn? Brackens Verletzung ist ziemlich ernst Ernster, als er es die Leute wissen lassen will Er ist am Kopf getroffen worden Und seitdem hat er Krampfanfälle Ach, was weiß ich, mir das Baby auch auf den Kopf gefallen Das hat wohl niemand mehr Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt Es gibt schon seit Wochen keine mehr Wie sieht denn die Dreien, hä? Woher wusstest du das? Die rauchte ja anscheinend von Joy In der Stadt gibt es einen Mann namens Gazi Gazi Er hat sie allerdings nicht Alle beisammen Ja Seine Mutter hatte Epilepsie Und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt Das ist süß Sie starb Vor zwei Jahren Oh nein Aber Gazi tauchte weiter in der Apotheke auf Um das Mittel abzuholen Oh, so ein kleiner Forrest Gump Gazi hat seine Routine Er kann da sehr beharrlich sein Ja, okay Also hat er es bekommen Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht Weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen Gazi lebt in der Unterführung Und erwähne den Tod seiner Mutter nicht Er würde das nicht verstehen Okay, das ist kein Problem Wir holen uns jetzt Oh mein Gott, was sind da für Millionen von Rufzeichen plötzlich aufgetaucht Okay Du bist ein Rufzeichen Was willst du? Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat Okay Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen könnten Wer ist Davut? Okay Da sind noch Rufzeichen Die werde ich jetzt einmal einfach alle abklappern Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Und drin ist was faul Und die Tür ist abgeschlossen Woher soll ich Ersatzschlüssel haben, hey? Ich bin doch neu Hier an der Tür muss ich anscheinend was tun Ne, muss ich nicht Da war noch einer drinnen Muss ich hier nochmal mit dir sprechen? Wann lassen wir uns endlich hier raus? Ne Ach, da leuchten die Pfeile nach oben hin Das heißt, ich muss hier die Stufen rauflaufen Ach, jetzt bin ich hier natürlich in die falsche Richtung gelaufen Ich dummes Stück Scheiße Also hoch hier die Stufen Okay, hier hören die auf zu leuchten Diese Rufzeichen Rahir Was ist mit Rahir? Na komm Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen Wir konnten ihn schreien hören Klang nach Verwandlung Oh oh Ich krieg's nicht hin Willst du's versuchen? Ja logisch Ich beprobe im Schloss knacken Das hab ich doch schon vorhin bewiesen Achso Oh ja Natürlich Jetzt pass mal auf, wie das jetzt funktioniert Jetzt kann ich Jetzt hab ich Jetzt kann ich das viel besser als vorhin Warte, ein bisschen noch Yeah, war ich beim ersten Mal Er ist gut Who's your daddy? Huh? Who's your daddy? Bist du da? Warum muss ich hier keine Waffe? Oh, hilf mir Oh, was ist mit dir los, du Penner? Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren Mir explodiert gleich der Brustkopf Okay, dann geh ich schnell weg Das wird eine schöne Sauerei Nein, nein Die Schmerzen gingen los Als ich Antizin nahm Oh, da auf dem Boden Da auf dem Boden Antizin Dieses Zeug ist Müll Was? Eine Fälschung Wo warst du's her bei hier? Bitte Ich brauch einen Arzt Sag mir erst, woher du's hast Ich hab mir erst versprochen Der Kerl ist nützlich Bringt mir Sachen von draußen Wie gepanscht das Antizin Nein, und wenn das Kinder kriegen Sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein Dann sag mir, woher du's hast Yusuf Yusuf Einer der Speer Merkwürdiger Kerl Er lebt auf dem Dach Okay, ich hol doch die Lena Holen Was ist passiert? Hast du ihn erledigt? Was? Nein Er verwandelt sich nicht Braucht aber einen Arzt Ich dachte, der wird ein Zombie Wir sollten ihn im Auge behalten Ja Wenn er einen Arzt braucht, dann hol doch einen Ja, mach ich doch, du Penner Aber hier hat ein Pass auf Hier ist noch ein Fragezeichen Ein Rufzeichen Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den's gibt Der sicherste in den Slums vielleicht Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was Es gibt nen Weg nach draußen Ja Auf den Slums? So ist es Ich muss ans andere Ende der Stadt Ich auch Und dafür brauche ich eine Schusswaffe Ja, ich auch Oh mein Gott Oh mein Gott, wenn ich jetzt eine Waffe finde, muss ich sie dem Spasti hier bringen Ach, das tut da Schmerz, das tut weh So, hier habe ich nichts mehr, dem ich nachgehen kann Ich muss hier eine Ebene runter Und dann hier weitermachen Und zwar hier anscheinend mit dem Lift wieder Nach unten weiter Alles klar? Ne Oh ja Doch Egal Jetzt fahr ich hier mal mit dem Aufzug Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Speer die Kurierarbeit erledigen Somit betrifft es auch mich Ja, ist okay Dann betrifft es auch mich Dann werde ich denen hier das alles checken und organisieren, was die so brauchen Okay, da habe ich jetzt Lass mal nachsehen, was für Quests ich jetzt momentan habe Muttertag Suchen sie nach Gasis Versteck Gute Nacht Bringen sie das gepanschte Antizin zu Lena Und finden sie eine Schusswaffe für Davut Finden sie eine Schusswaffe für die drinnen Aber hier diese Ärztin Die Ärztin muss ich doch holen, oder? Das lasse ich mir jetzt mal hier noch auf der Map anzeigen Ach, sieh mal Da muss ich wieder hoch mit dem Lift Da habe ich mich vorhin doch nicht getäuscht Ich habe da nämlich noch einen weißen Punkt aufblinken sehen Aber da war ich dann schon im Aufzug drin Also dann lass uns hier nochmal nach oben fahren Aha, der wurde offenbar durch falsches Antizin vergiftet Ja, who cares Who cares So, auf zu der Ärztin Ja, wusste ich's doch Das habe ich vorhin verkackt Verkackt hat er's Okay, muss ich hier hinein? Ne, ich muss hier nach unten Und dann hier entlang, okay Ah, schau mal, hier ist sie Sie sollten sich das ansehen Falsche Chargennummer Ist das ne Fälschung? Jemand am 21. hat's geschluckt Und kann sich jetzt nicht mehr rühren Am Mann, geh zu ihm Wo hat er's denn her? Von Yusuf Einem der Speer Am Dach Wird es kaum hier herstellen Ne, der lebt am Dach Ich rede mal mit Yusuf Je eher, desto besser Hunden Sie ihm nichts Sprechen Sie mit ihm Was mit Yusuf? Sprechen Sie mit Yusuf Sprechen Sie mit Yusuf Da wurde mir vorher angezeigt Dass der am Dach lebt Muss ich hier noch weiter hoch Oder? Ja, ich muss da noch weiter hoch Also, rauf aufs Dach Wo Yusuf lebt Und wo auch der Wo auch der Wellnesspark ist Hier gibt's ja diesen Diesen Wellnessbereich Da ist Rahim Und dem lauf ich jetzt einfach mal vorbei Und suche Yusuf Wer bist du? Yusuf! Ah, der sieht ja scheiße aus Ja, Yusuf Was du suchst, ist schwer zu kriegen Dann frag Yusuf Yusuf hat alles, was du brauchst Ja, du hast keine Game gegen Hautausschlag So wie du aussiehst Ja, natürlich Freund, heute ist dein Glückstag Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag Du kannst drei einen Tisch machen Und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt Dass du Bahir verkauft hast Ja? Bahir? Bahir sagst du? Bahir? Bahir? Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts Ich hab den Kerl in ganze Zehn Ampullen abgekauft Für gute Geld Kerlen? Ja, das ist ne heikle Angelegenheit Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus Da ist ein Gebäude neben der Apotheke Da hausen ein paar Überlebende drin Ich weiß nicht wie viele Ich war noch nie drin Sie haben Arzneien Einiges davon ist echt Wohl aus der Apotheke Aber sie stellen auch selbst welche her Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento Okay Die restlichen Ampullen verbrennst du Aber die waren schweineteuer Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst Wird's um einiges teurer Ja, du kleine Mumu So, sprechen Sie mit Yusuf Das hab ich erledigt Überprüfen Sie die Apotheke So, was haben wir denn jetzt noch für Quests? GRE-Pakete Gut, das ist die Hauptquests Dann haben wir diesen Muttertag Ich muss den Gasi finden Überprüfen Sie die Apotheke Und familiärer Notstand Was sagt denn die Karte? Die sagt mir hier jetzt gar nichts Weil ich im Turm bin Ich werde daher den Turm verlassen So rasch als möglich Ich kann es gar nicht einschätzen Es ist morgen Aber es sieht hier aus Als wäre es schon Tag Ah, es würde gerade Nacht werden Ich kann es noch nicht so wirklich einschätzen Wie schnell die Zeit hier vergeht Aber werde jetzt hier mal So rasch als möglich Nach unten fahren Mit dem Aufzug Runter ins Erdgeschoss Und dann mal raus aus dem Turm Um mir die Quests anzeigen zu lassen Wo was ist danach Werden wir entscheiden Welche Quest wir machen Und ich Nachdem das hier ein Walkthrough sein soll Werde ich das nach Quests Nach Quests strikt trennen Das bedeutet Ich verfolge eine Quest Schließe diese Quest ab Werde mich dann In den nächsten Posten begeben Speichern Und dieses Video abschließen Ihr könnt dann unten Wenn ihr meine Videoäußerung ansieht Habt ihr in der Beschreibung Werde ich dann notieren Welche Quest ich jetzt Gerade in diesem Video abgeschlossen habe So solltet ihr eigentlich Solltet ihr mal selbst das Spiel spielen Und an der Quest hängen Recht flott in der Lage sein Hier herauszufinden Wie es denn bei der Quest dann weiter geht Bei der ihr momentan hängt Gut Was habe ich denn hier Lauter rote Häuser Und dann haben ich hier Kontaktieren sie den GRE Kontaktieren sie den GRE Das ist die Hauptquest Überprüfen sie die Apotheke Das ist jene Quest Die wir jetzt gerade verfolgen Gute Nacht Mr. Bahir Ich werde jetzt mal hier Kontaktieren sie den GRE Weil das kann ja nicht wirklich Großartig Großartig viel Verkacken Was kann ich hier jetzt Keinen Wegpunkt setzen Ich dummes Stück Scheiße So Das ist hier in der Nähe Das machen wir jetzt noch schnell Kontaktieren sie den GRE Da muss ich ja eh nur wieder Auf dem Dach hinauf Und mit denen telefonieren Aber ich muss auf dieses Tag Da hinüber Auf dieses Tag Hier und Tag Guten Tag So komm Und dann springe ich da hoch Oh Gott bitte Ja Geschafft haben wir es So E.T. Phone Home Prane hier Bericht Der Turmboss heißt Brecken Und ist definitiv nicht euer Mann Der andere Hauptverdächtige ist Eine Art Warlord Ein Typ von hier Nennt sich Rais Er hortet Antizin Und verkauft es zu horrenden Preisen Man hat mich damit beauftragt Das abgeworfene Antizin zu bergen Schaffe ich das nicht Müssen sie sich was anderes Einfallen lassen Hä Bestätigt Okay Wir machen ihre Sache gut Crane Ja das weiß ich Setzen sie die Mission fort Und geben sie uns Zeit zum Nachdenken Melden sie sich sobald sie Antizin finden Okidoki Das machen wir so glatt So Jetzt lass mich vorsicht Aber nochmal in die Quest hineinsehen Die ist aktiviert F an der Karte anzeigen Jetzt mache ich hier den Wegpunkt weg Und das wird mir so und so angezeigt Und da werde ich mich jetzt hinbegeben Boah mein Gott mich Jedes Mal springe ich hier irgendwo daneben Also parkourtechnisch hier Muss ich noch Eiliges üben Jetzt verbrenne ich mich hier selbst Jetzt werde ich mir mal ein Medikit Raubschmeißen Boah und hier aufs Dach Denn links und rechts sind schon wieder Zombies Ja Ja was ist Oh mein Gott Weg 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 Logisch Und bei hier Stabil Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden Sähe das anders aus Das Zeug tötet Crane Sie müssen diesen Punchern unbedingt Einhalt gebieten Ok ich muss diesen Punchern unbedingt Einhalt gebieten Das mache ich doch glatt Ok die sind da anscheinend drüben Da ist einer oben am Dach Der wirft hier Mit irgendwelchen Dolchen Ähm Ich werde jetzt hier mal ein Medikit herstellen Und dann da mal hinüberspringen Ok Was kann ich für dich tun Kumpel Was kann ich für dich tun Kumpel Hey warte mal lass mich hier hinein Alter lass mich da vorbei Du Kleiner Penner Ah du bist das Sushi Bento Und wenn man sagt du verkaufst Antizin Wer sagt das Ein kleines Vögelchen Derselbe der auch sagt dass du Dreck zusammen kochst und in falscher Impullen füllst Ha ha Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den G.A.I. Da rät doch kein Müll hier Sie wird nicht nur gesund sondern verleiht auch Superstärke Ja wenn logisch Unglaubliches Tempo Und höchstens Durchfall du Pfeife Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen Ja das denke ich mir Ja Yusuf sagt dich schon du würdest Ärger machen Tja Yusuf hatte wohl recht Und du bist so gut wie tot Oh oh Au der schlägt mich Au der schlägt mich Oh plötzlich ist die auch aggro Ach der schlägt mich auch Mal schnell selbst verbinden Ja den hab ich getroffen Oh und wieder getroffen Hast du gehört Ende Gelände hat er gesagt Oh ich hab keine Ausdauer mehr Muss kurz regen Ausweichen Ach jetzt hab ich ihn getreten und er mich getreten Oh jetzt treten wir uns gegenseitig hier Oh der wirft was Oh mein Gott ich treff den nicht Ich treff den nicht Aber jetzt hab ich ihn getroffen Ah ich bin nicht ausgewichen Aber jetzt Oh die sind nicht so wirklich leicht zu besiegen Menschliche Gegner Also menschliche Gegner Okay Jetzt wird's dann Zeit dass ich mich hier wieder selbst verbinde Und selbst verarzte Und wird Zeit dass der Typ Hier da mal Ah schön ausgewichen Habt ihr das gesehen Ah wird Zeit dass der Typ da mal down geht Puh OMG sag ich nur Wie viele von denen soll ich jetzt hier besiegen Oh mein Gott das ist ein ganzer Arsch voll Lass mal nachsehen ob ich nicht irgendetwas machen kann womit ich denen zusetzen kann Aber Morrowdorf kann ich leider nicht Das kann ich jetzt nicht herstellen Das sind drei Kerle die aggro sind OMG vier Typen Hier bin ich Komm schon Okay die werfen hier mit Dolchen Aber die Dolche selbst kann ich hier nicht aufheben Ja was mach ich jetzt hier Gegen vier Leute Wenn ich gegen den einen schon so Probleme hatte Wäre ich jetzt nicht kämpfen Ähm Ich werde daher versuchen Vorher noch Irgendwie Mir Gegenstände zusammen zu suchen Mit denen ich im Fernkampf was machen kann Den Wurfstellen oder sowas kann man sicher herstellen Oh mein Gott Jetzt scheitere ich hier schon wieder am Schloss knacken Das gibt es doch nicht Alter schließ diese verdammte Kiste hier auf Na Gott sei Dank Mir fehlen Schnur Schnur und so ein Teil fehlt mir Ah ich hätte noch was anderes versuchen Ne Wäre ich nicht Ah die stehen hier immer noch aggro Weil ich treffe die nicht Aber sie treffen mich Ja was soll ich tun Ja was soll ich tun Da mache ich mir jetzt schwer Ich könnte noch eines versuchen Ich spring da jetzt mal hinüber Dann sollten die eigentlich hier zu mir herkommen Und dann wäre ich die hier Ne die fallen auf den Trick nicht hinein Oh Da habe ich jetzt aber was gehört Ach was war ich jetzt hier Shit ich benötige unbedingt noch Gegenstände Oh mein Gott was sind denn das für Geräusche hier Da drüben ist vielleicht Gibt es vielleicht noch eine Chance was zu looten hier drinnen Ich kann hier nicht ins Fenster hinein Okay Dann werde ich außen rum gehen Und hier runter Was haben wir denn hier alles Nüsse Chemikalien Oh what the fuck Was ist denn mit dir Das ist einer von diesen besonders schnellen Zombies Okay Oh wie lustig Ach du Panner hier Bleib doch auf dem Boden liegen Du Spasti Ach meine Waffe ist kaputt Deswegen funktioniert das jetzt hier nicht mehr mit dem Tod prügeln Aber jetzt hat das geklappt Da ist ein Schrank den ich plündern kann Aber auch hier finde ich keine Schnur und kein Alkohol Sondern so Kreissägen Lass mal nachsehen Ich denke ich werde jetzt nochmal zurück zum Turm gehen Und mir schnell nochmal Äh Die Dinge kaufen die ich benötige um einen Molotow herzustellen Denn mit einem Molotow werde ich hier sicherlich Auch die Menschen leichter besiegen können Indem ich sie einfach anzünde Und Dinge anzünden Das kann ich ja gut So Also hoch hier Und dann war ja hier ein Shop Mal schauen Vielleicht kann ich sogar einen Molotow kaufen hier Das wäre ja auch geil hier Ne Der hat nichts mehr Und hier hinten ist der Shop Okay Was hast denn du hier Medikitpöller Äh eine Schnur Kön ich auf jeden Fall brauchen Nö Was brauch ich denn jetzt noch Um hier einen Molotow herzustellen Entwürfe Wurfstirne könnte ich machen Das ist in Ordnung Alkohol bräuchte ich Hast du Alkohol? Nö Hat er nicht Der hier hat kein Alkohol Alkohol hier Schnäppchen für mich Ja ich muss doch irgendwo Alkohol finden können Also wenn hier einer Alkohol findet Dann bin ich das meine Lieben Hier Alkohol finden hier Das kann er gut der Papa Das kann er gut der Papa Lass doch mal den Papa machen Der Papa Mach das gut So Dann hier hoch Und jetzt mal schauen Ob ich hier irgendwas finde Was ich looten kann Sehen wir hier Kein Alkohol drin So dann spring mal da hinüber Okay Du bist ein langsamer Zombie Haben wir hier vielleicht noch Einen Gasrohr Mal schauen Vielleicht ist hier Alkohol drin Hier ist Alkohol drin OMG Sieh mal Palm aufs Maul Oh ich kann an dem nicht vorbei Aber jetzt kann ich an ihm vorbei Jetzt werde ich hier irgendwo hoch gehen Und werde dann in Ruhe Mein Molotow Cocktail herstellen Und dann werde ich nochmal Die Typen da drüben bedienen Da gibt es mal so richtig Auf die Fresse Ja Hier Molotow Ach Stell dir sogar drei her Oh mein Gott Das ist ja genial Oh mein Gott Das ist ja super lustig Warte mal Wie war das nochmal schnell Hier kann ich das mit dem Molotow rumstellen Mit der UV-Lampe kann ich den höchsten Sonnenbrand verpassen Das wird dir aber nicht beeindrucken Es geht mal hier hoch hier Und dann da ruf Ruf Und dann müssen wir da hinüber So Da kann ich nicht drüber springen Oder Ne Da muss ich hier entlang An den Wäschevorhängen vorbei Und da hat hinter mir irgendwas gescheppert und gedeppert Aber das ist mir jetzt mal scheißegal Die Typen sind mir auch scheißegal Da laufe ich einfach dann vorbei Obwohl Ich muss ja hier Nein Ich muss ja hier Ey warte mal Ich bin ja hier ganz woanders Jetzt plötzlich Da drüben Töten sie die Banditen Was passiert denn hier jetzt Ach Das ist eine Safe Zone Benutzen Türe zumachen Gut OMG Wo kommst denn du plötzlich her Der ist hier aufgestanden Ausdauer regenerieren Da waren jetzt mehrere Zombies Aber das ist so eine Sicherheitszone Die werde ich jetzt mal saven Da werde ich mal darauf achten Dass ich hier Alles zombie frei mache Hier haben wir einen Aua Ach Fahrt's dich mich Und dann gibt's auf die Fresse für dich Oh Das war ein Zeitlook Habt ihr das gesehen Oh Oh mein Gott Das hat weh getan oder Das hat ihr weh getan Wo ist denn noch einer Da oben Aha Okay Da sind sogar noch zwei Dieses Rohr ist dann langsam auch kaputt Okay Den hab ich erwischt Jetzt noch dich Pam Aber ich hab hier keine Ausdauer mehr Ach die wirft mich hinunter Die verdammte Kuh Mal sehen Was soll ich denn hier noch für eine Waffe Oh ne Rohrzange Oh ne Rohrzange Da hab ich ein gutes Gefühl mit Oh habt ihr das gesehen Die Rohrzange Die Erledigt hier für den Papa Alles was Zombie Probleme Oh mein Gott Zu geben scheint Jetzt Kick ich doch die verdammte Fotze Hier mal nach unten Und das war's auch für sie Nice So Noch irgendwo ein Zombie Hier wird mir ein Punkt angezeigt Zu dem ich runter kann Ah Schau mal In den Stromkasten Oh Safe Zone Freigeschalten Okay Gut Dann machen wir jetzt mit der Quest weiter Denn deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen Und ich werde auch in die richtige Richtung gehen Wenn ich hier mal den Zombies entkommen bin Hallo Du Fetter Bastard Du dickes Kind von Landau So Und dann geht's mal hier lang Molotov hab ich mir eingestellt Das passt Und da waren die Banditen Ja Und hier sind plötzlich viele Zombies Okay Aber da will ich hier gar nicht hin Ich will ja hier die Banditen erledigen Schau mal Was haben wir denn hier Da drüben steht einer Okay Ah und da ist einer Oh mein Gott Okay ihr zwei Affen Ihr brennt jetzt mal Du wirst jetzt auch mal brennen Dann hab ich noch immer einen als Reserve Oh herrlich Schau mal wie sie da angehen Okay Es soll kein Feigling Komm runter Einer ist noch hier Einer ist noch hier Wo ist der Wo ist der denn Der ist in dem Haus drin Oder Ne Doch Nein Doch Ach da ist er Burn baby Oh shit Okay 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 den muss ich manuell Anscheinend bekämpfen Oh Der hat die Kisten kaputt gemacht Hey ja Das können sie doch nicht machen Ah Oh ich hab ihn getroffen Ah Und wieder getroffen Habt ihr das gesehen Ich liebe diese Rort Also diese Diese Zange Dann nehme ich mal Weil der Waffen Lena Hier Crane Geschafft Richten Sie Bracken aus Die Pancha Bude hat dicht gemacht Die Pancha Bude hat dicht gemacht Jo Ja Vorher geht's mir Jusuf Diese kleine Ratte Ich wollte ihn einsperren Aber er war schon abgehauen Wenn er zurückkommt Knöpfe ich mir den Kerl mal vor Ja Außer bei hier Krallt ihn sich zuerst Er ist bei hier Okay Was haben wir denn da noch Da hat doch was Orange geleuchtet Gerade Hier Sponges Da gibt's noch seinen Spongebob 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 So Hier Moll für Medikids Und dann hier Schlafen Nicht verfügbar Warum eigentlich nicht Spielerversteck Gut Schlafen Nicht verfügbar Das bedeutet Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kessel Dass wir das als nächstes machen Und das hier angehen Dann mal nachsehen Ob ich noch irgendwas Sinnvolles bauen kann Dietrich erscheint mir sinnvoll Nachdem ich mich immer so dumm anstelle Und hier alles verkacke Und Dann Habe ich hier eigentlich Nichts mehr verloren Ach da ist ein Zaun drauf Da kann ich nicht drüber Also muss ich hier wahrscheinlich Wieder über die offene Straße laufen Oder Oh mein Gott Oh mein Gott Warum sind hier so viele Von euch Ich hasse das Weg Weg hier Der Papa der muss hier dringend durch Weg hier Ich bin Arzt Ich muss durch Ich bin Arzt Ich muss durch Oh sie wollen ihn fressen Unterwegs Unterwegs Zum Kessel Ich treffe den nicht leider Gut Geh nicht Sagt er Oh das hat dem weh getan Okay da schlägt mich keiner von hinten Oder Ne schlägt mich keiner von hinten Ich war einfach nur unfähig Ja Ja du tust mir ja auch nicht Weil ich will doch dir helfen Du spaßt Jetzt bin ich hier erledigt Und eigentlich Belohnung Oh scheiße ich habe gerade Wurfstern geworfen Das wollte ich doch gar nicht Ich habe nur noch vier Wurfstände Das ist aber in Ordnung So geht es hier weiter Habe ich noch ein Medikit Ja aber das werde ich jetzt noch lassen Mit dem heilen Dann springe ich hier neben den Zombie hoch Und dann darauf Und dann bin ich im Kessel Im sogenannten Kessel Und hier sollte Irgendwo ein Paket sein Das ich abholen soll Jade Nähere mich der Abwurfstelle Gut Such dir einen Unterschlupf und warte Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich Okay Sieh mal hier leuchtet was weiß unten auf Und lauter rote Gegner Oh mein Gott Was tue denn ich Hier mit 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 Schierer Panik Hier Knüppel ich Denen hier auf die Fresse Und Ich mache das aber glaube ich Nicht so übel mit dem Knüppeln Nur wird mein Ist meine Waffe jetzt mittlerweile kaputt Und ich muss Die zwei hier Mit einer fast kaputten Waffe Hier bedienen Ich kann nicht Lieber dieses Knüppeln Habe ich hier noch eine Waffe Ja natürlich eine Rohrzange Für euch zwei Komm her hier Komm der Papa hier Er hat doch für alle Hat doch für alle was Ich habe hier genug Für alle So Ausdauer regenerieren Und schön auf die Fresse Jetzt habe ich hier meine eigene schöne Wohnung Umringt von Zombies Eine Zombie Figur Suchen sie nach der Abwurfstelle im Kessel Schlafen noch immer nicht verfügbar Den kann ich hier noch looten Auch den kann ich hier looten Dann werde ich mich jetzt immer wieder nach oben schmeißen Und sehen ob ich dieses Paket von oben Irgendwie besser sehe Die beiden habe ich schon gelootet Hier würde ich aus dem Bereich rausgehen Das heißt ich werde Also eher in diese Richtung noch nachsehen Ob ich irgendwo hin kann Nur werde ich vorher noch in meinem Inventory sehen Und hier einige kaputte Dinge austauschen Zum Beispiel diese Rohrzange hier Was ist denn noch kaputt? Das hier So Puh das ist verdammt hoch Da tut er sich sicher weh Ach das hat geklappt Okay Lass mal hier entlang gehen Hoch mit dir Und da ist eine Kiste Ah sieh mal Mal sehen was drin ist Diese Kiste hier meint er Mal sehen was drin ist Ach Gott diese Schlossknaken Oh das bewegt sich Nein Aber ich habe genug Dietriche Und jetzt habe ich es geschafft So mach die verdammte Kiste auf Hoffentlich ist da neben 16 drin Nein Da war jetzt nichts großartiges drinnen Hier wollen mich alle fressen Aber sieh mal hier ist ein Fallschirm Und ich schwöre Ich könnte schwören Dass so ein Paket auf so einem Fallschirm drauf hängt Also werde ich hier mal versuchen Ach ich komme hier nicht hoch Ach ich komme hier nicht hoch Also muss ich hier die Stufen rauf Und dann hier irgendwo hoch Mal sehen Oh what da Komm mal her Jetzt probieren wir mal was Ach ich wollte die da eigentlich reinwerfen Aber das hat nicht geklappt Aber jetzt hat es geklappt So wir haben eine neue Stufe gekriegt durch Das hat gut ausgesehen Da kriege ich Styler Punkte oder Styler Punkte Aber wie komme ich denn da hoch Da kommt der nächste Zombie Wie komme ich denn da hoch Okay Penner Werden wir das gleiche probieren Das klappt gut Und die Bitch werden wir auch da hineinschlagen Weil da kommen immer mehr Und mich interessiert jetzt eigentlich hauptsächlich Den treten wir da mal hinunter Mich interessiert hauptsächlich wie ich da hochkomme Seht euch das mal an Oh seht mal das Da wirft einer den anderen hinunter Gut Also ich habe die jetzt mal erfolgreich weggelockt Von den Treppen Und weiß aber trotzdem noch Ah sieh mal Hier ist ein Steg Und von hier kann ich Garantiert hier hinüberspringen Jawoll Was haben wir denn hier Eine Leiche Dinge zum Looten Das machen wir doch auch gleich Da ist ein Kurier Ne der ist tot Oh scheiße Hoffentlich passiert mir das nicht Na sicher nicht Alter wir sind Pros So hier war auch noch zum Looten Das machen wir auch in reiner Ruhe Und hier war eine Kiste Ich muss nämlich unbedingt noch so Molotow Cocktails herstellen Okay passt Ich bin beim ersten Mal gleich geknackt Ich wäre hier immer besser So Unschöner Hammer Unschöner Hammer Aber ich denke ich muss hier noch weiter hoch Ne kann ich nicht Ich kann hier nicht weiter rauf Wart mal Hier ist der Fallschirm Hier kann ich hoch Und eine neue Wendigkeitsstufe habe ich auch Und hier ist eine riesen Truhe Oh wie geil Was ist da drinnen? Panzerfaust Na klar Naja Logisch Oh Sind wir im Fluchzeug Im Fluchzeug Hier Oh Schöne Pakete werden hier abgeworfen Zwei Pakete Sie sind leider woanders gelandet Aber du bist ganz in der Nähe Du musst als erster bei den Kisten sein Okay Als erster bei den Kisten Das dürfte jetzt eine Quest um Zeit sein Ich kann hier ein Medikit herstellen Das werde ich auch tun Aber eigentlich bin ich hier reingegangen wegen den Fertigkeiten Was kann ich denn jetzt machen? Hier lernen Sie Wurfstelle herzustellen Lähmung, Feuer, Explosion Das Ja Alter Da werden wir nicht lange darüber nachdenken Ähm Dann haben wir hier Wendigkeitsstufe Was kann ich hier? Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde Um sie herumzuschleudern Oder durch Rutschen Kann ich Löcher schneller Naja Das machen wir doch gleich Ich kann hier schneller durch Irgendwelche Löcher entwenden Es besteht eine 10%ige Chance Dass ihre Gegner mit einem Tritt ausknocken Und bewusstlose Feinde sind leichter zu töten Ja Das habe ich doch schon einmal geskillt Das skille ich jetzt noch weiter Und hoffe dass das dann irgendwann einmal auch klappt Und hier nicht nur drum herum geredet wird So Alles klar Na dann Lass uns hier mal so rasch es möglich An den Zombies hier vorbeispringen Und hier zu den Paketen hoch Und Bam Auf die alte drauf Haha Und Dann hier hoch anscheinend Ja Jetzt hat er wieder keine Puste der Junge Junge hier Oh Leid nochmal hier Oh mein Gott Das ist eine Autobahn Und wir wissen alle aus Walking Dead Dass Autobahnen gar nicht gut sind Wenn man die hier besucht Aber sieh mal Zu spät Jade Reis Männer waren schon da Scheiße Verdammt Okay Kein Kampf Such einfach Nummer 2 Such nach dem Rauch des Leuchtsignals Die Kiste muss in der Nähe sein Okay die Kiste muss in der Nähe sein Nun gut Dann werden wir doch mal Bevor ich hier mit diesen bewaffneten Männern Konflikt Äh Provoziere Hier weiterlaufen Und auf der Map kurz nachsehen Ob ich nicht vorher diese Sicherheitszone noch freischalte Im Vorbeilaufen Das werde ich auf jeden Fall noch machen Ja Lauf hoch hier Ne Werd mal Da laufe ich ja ganz woanders hin oder Ja da laufe ich ja ganz woanders hin Ich muss ja hier hinunter Oh mein Gott Das sind hunderte Oh mein Gott Was ist denn Was geht denn hier jetzt Ah seht ihr Ich habe die Fähigkeit gerade eingesetzt Wusste ich doch Dass das gut funktionieren wird Und sich auszahlt Da bin ich schnell jetzt weg Ja das Das will ich doch Okay Also ich werde jetzt hier nicht extra nochmal looten Hier ist niemand auf der Straße Das ist gut Dann mal hier hoch Oh da war einer Oh mein Gott Ich habe auch wirklich ein Händchen dafür Hier neben Zombies Aufzuschlagen Oh mein Gott Was Ah Ah Okay Schnell hier weiter Puh da ist roter Rauch Was bedeutet denn der rote Rauch Der bedeutet dass ich da hinüber muss Okay das tue ich jetzt mal auch Und hier beim roten Rauch muss ich anscheinend irgendwas finden Wahrscheinlich so ein Paket Bis vorher der Fall war so ein großes oranges rotes Und dann geht es hier weiter nach unten Und da hinüber Und dann hier hoch Das habe ich gerade auch geschafft Und mal sehen ob ich hier irgendwo so ein Paket sehe Allerdings sehe ich jetzt hier keines Hm ich sehe hier kein Paket Springen wir mal da hierüber Hier leuchtet alles rot Ne das war nur eine Wand Und was ist hier Hier ist auch nichts Okay Wo könnte denn hier dieses Paket sein Oh mein Gott der fällt hier natürlich von ganz oben hinunter Jetzt muss ich mein letztes Medikit hier aufwenden Um mich zu heilen Da ist es schon wieder vorbei Ach komm das gibt es doch nicht dass ich das hier nicht finde Wo könnte das denn sein Hoch hier hoch hier Ja den trete ich da mal dagegen Was ist hier hinter der Mauer Da ist es Habt ihr es gesehen Aber hier sind auch zwei von den Zombies Drei von den Zombies Okay Ich werde jetzt mal hier versuchen Einfach von oben auf die runter zu prügeln Und Mal sehen ob das klappt Aber ich denke das funktioniert gut Seht mal ich muss hier nur auf meine Ausdauer achten Und dann gibt es hier mal auf die Fresse für die Affen Oh Da gibt es nochmal eine Zeitlupe Eine ganz derbe auf den Schädel Jawohl Das gefällt mir sehr gut Och den hat es zu ist Gut Jetzt lag es hier ein bisschen Mhm So jetzt mal schnell Was umgestellt Und hoffe dass jetzt hier nicht mehr so schlimm laggt Und den Typen habe ich erledigt Hier finde ich eine Tasche Und hier gibt es jetzt mal nichts mehr zu looten Außer diese Riesenkiste Ja mach mal auf hier Crane hier Ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen Gut Crane Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiis Hören Sie zu Raiis ist höchstwahrscheinlich unser Mann Wenn Sie also Antizin finden Dann zerstören Sie es Was Was Wieso Dann müssen Sie sich an Raiis wenden Sie können das für Bracken übernehmen Als Gesandter Aber Die Leute brauchen dieses Zeug doch Ja ich brauch's vor allem Wir haben das Wohl aller im Sinn Vergessen Sie das nicht Nein ich hab nur mein Wohl im Sinn Alter macht das nicht kaputtes Zeug Ja Spritze gleich mal was Ja er verbrennt tatsächlich Jade ich bin an der Abwurfstelle Hier ist kein Antizin Okay die Albträume sind wach Na gut Dann geht's jetzt hier mal weiter Ich entschuldige mich jetzt mal In der Stelle für diesen komischen Lack Den ich habe Ich denk mal dass ich den Den schwulen Porno Download im Hintergrund Jetzt mal stoppen sollte Okay das sind besondere Zombies Alles klar die sind aus Blade gestohlen Ich kann ja das Maul so aufklappen So die Nacht bricht an Was heißt das jetzt Gut ich muss jetzt mal hier anscheinend davonlaufen Und versuche so rasch als möglich Hier wieder in Richtung Turm zu kommen Oh da hat mich einer entdeckt Das ist nicht gut Jetzt hat mich noch einer entdeckt Jetzt kriege ich einen Schlag von hinten Oh da ist noch einer Jetzt mal hier hoch Und dann mal hier hoch Komm schon das schaffst du Ja Oh what the fuck Die ist ja auch schwer aggro Spring doch mal hier auf den LKW Und dann von hier aus weiter Jawoll Oh mein Gott Jetzt muss ich schnell Medikit einwerfen Nein jetzt bin ich tot Sie sind tot Ich war nicht so übel mit dem Rumlaufen Und dem Rumspringen Das war in Ordnung Mal sehen wo ich jetzt spawn Okay wo spawn ich Hier mitten in der Stadt Alles klar Hier kann ich was looten Mach ich doch auch gleich Hier eine Figur Die Frage ist Hat mich das jetzt näher an den Turm gebracht Dieser Spawner Oder hat er mich weiter weggebracht Ah das kann ich ja nicht looten Okidoki Das werden wir jetzt gleich wissen Indem wir hier auf die Map Gucken Hier geht es nach oben Hier gibt es noch Einen Korb Den ich aufmachen kann Und jetzt sehen wir uns mal Auf der Map an wo wir sind Alter Schwede Wir sind ja ziemlich weit weg Ok dann versuchen wir dennoch Dort hin zu kommen Hier gibt es Alkohol Mal sehen ob ich hier Mir einen Molotow basteln kann Kann ich nicht Aber ich kann mir Explodierende Wurfsterne basteln Das mache ich jetzt auch Explodierende Wurfsterne Das klingt gut Und jetzt ab in Richtung Turm Vorbei an diesen Widerlichen Monstern Das sind ganz böse Böse Zeitgenossen Ah hier hoch Komm schon Hoch hier mit dir Ne mach da nicht Mach da nicht So hoch hier mit dir Komm schon Spring hier hoch Ja Gut Und dann hier in Richtung Turm Mal schauen Auf den Dächern Ob ich es länger Länger schaffe Länger mache Länger durch Mache Ok Hier drüben scheint einer zu sein Dann werde ich jetzt mal hier Die Kiste hoch Und dann Ach komm schon Das muss ich doch schaffen Die Kiste hoch Und dann Jawohl So will ich das sehen Och das ist doch die Stelle Wo ich vorhin gerade gestorben bin Ok der hätte mich fast gesehen Und der ja hat mich gesehen Deswegen laufe ich hier jetzt mal einfach Treppen hoch So rasch als möglich Und hier nach links weiter Oh mein Gott Anderwäsche alleine hier vorbei Spring hier hinüber Und hoffe dass ich Die so rasch als möglich abhängen kann Oh mein Gott Bitte Ach Gott Das ist ja widerlich Hier in der Nacht zu spielen Ok Ok aber was gut ist Ich befinde mich hier schon mal Auf dem Weg Richtung Turm Und Das Passt Denn weit dürfte ich es jetzt nicht mehr haben Das sieht gut aus Oh mein Gott Vorbei an den Spastis Und hier hoch Das geht Das geht Und da drüben ist safe Oder Jawohl Da ist die Quest vorüber anscheinend Hier kann ich hinein Und dann muss ich hier hoch Spielen während der Nacht Alles wird verdoppelt an Erfahrungspunkten anscheinend Das ist gut Allerdings ist das Wahnsinnig anstrengend Vor allem wenn du stirbst Dass du irgendwo spawnst Der hat für mich einen neuen Hammer Kein freien Slot mehr zur Verfügung Ok Dann werden wir hier mal Beim Shop Nachsehen was wir uns kaufen Und verkaufen können Und werden hier alles mal Verklopfen was kaputt ist Ja Und das behalten wir uns Und diese Grauen Gegenstände Verkaufen wir auch alle Kaufen kann ich mir jetzt hier Anscheinend nichts tolles Das ist aber für mich in Ordnung Ich habe ja noch genügend Gegenstände im Inventory Und dann Muss ich hier hoch Kehren sie zum Turm zurück Werde aber jetzt mal speichern Und das Video beenden Da gab es einige Einige Lack Situationen Für die entschuldige mich Wie gesagt nochmal Ich hole hier jetzt noch 716 Punkte ab Und werde hier speichern Und dann was Umständen Beziehungsweise die Downloads im Hintergrund Stoppen Damit das hier nicht mehr lagst Wir sehen uns im nächsten Video Leute Tschüss